Jo Leute, damit willkommen hier zu einem neuen kurzen Video und in dem Video geht es um einen neuen epischen Auftrag aus der Woche 9 und zwar fahre ein IO-Fahrzeug mit Geländereifen. Ich zeige euch heute auf jeden Fall kurz, wo ihr die IO-Fahrzeuge finden könnt und da sehen wir uns gleich kurz eine Runde. Der aktuell leichteste Weg, um die Aufgabe zu lösen, ist es hier vorne vor Sloppy Swam zu landen, denn da sehen wir auch schon so ein schwarzes Fahrzeug und das ist ein IO-Fahrzeug. Das erkennt man sehr gut daran, weil immer so ein Symbol da drauf ist und das müssen wir jetzt tunen und direkt nebenan gibt es ja hier schon so eine kleine Werkstatt und hier können wir uns einfach mal diese Reifen besorgen, die gibt es auch hier meistens und damit könnt ihr dann einfach das Auto tunen und damit rumfahren. Ist auf jeden Fall der leichteste Weg heute, um das Ganze zu lösen. So steigen wir ein und fahren einfach mal rum, 1000 Meter geht eigentlich relativ schnell und ich zeige es auch mal kurz auf der Karte vor Sloppy dann ganz genau hier steht das Auto und dann fahren wir da einfach ein bisschen mit rum. Falls dieses Auto da nicht mehr dasteht, dann ist das Ganze auch relativ einfach, indem ihr einfach zu den Satellitenstationen geht, denn auch dort gibt es dann die Fahrzeuge. Ich lande dafür kurz einfach mal bei der Satellitenstation in der Nähe von Dirty Docks und dann zeige ich euch das kurz. Und zwar hier in dem Gebäude steht dann auch wieder so ein schwarzes Fahrzeug, auch wieder ein IO-Fahrzeug und das müssten wir dann tunen. Wenn ihr Glück habt, dann kriegt ihr hier diese Reifen direkt schon an der Stelle, wenn nicht, dann müsst ihr einfach kurz zu einer Tankstelle fahren und dann müsst ihr auch das einfach tunen und so einfach geht die Aufgabe. Aber wie gesagt, bei den Satellitenstationen gibt es die Fahrzeuge immer oder ihr landet einfach kurz hier, aktuell gibt es dort immer ein Auto.